Herzlich Willkommen zurück zu Bravely Default. Nach unserem letzten Kampf waren wir ja einmal Game Over gegangen und dürfen jetzt hier weitermachen. Ja, so kann es passieren, so schnell kann es gehen und genau an der gleichen Stelle kriegen wir nochmal einen Kampf. Ich hoffe nicht mit den gleichen Monstern, doch natürlich, ja. Wir haben ja gelernt, wir können es jetzt nochmal versuchen, ob wir diesen Bestien auch mal standhalten können. Das machen wir jetzt auch. Wir versuchen das mal und zwar hauen wir jetzt erstmal den Luftlatern auf den Sack. Denn die waren ja schon sehr arg nervig. Sie kann, weil sie so spät angreift, schon mal einen Vita raushauen und du haust mal ein Eis raus, weil Blitz hat ja nicht so geholfen. Eis ist auch nicht deren Schwäche. Es ist nicht deren Schwäche. Solange die nicht alle einen Schlummer raushauen, geht das ja noch. Und wir sehen, wir machen den Windlaternen keinen Schaden, deswegen werde ich wohl mal anders angreifen müssen. Dann werde ich die Gargoyles jetzt angreifen. Du kannst nochmal einen Vita raushauen, weil das hat sich ja gelohnt. Und dann machst du mal Feuer. Feuer ist deren Schwachpunkt. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann zauber ich Feuer gleich einzeln auf eine Windlaterne oder Luftlaterne heißen die. Und das macht dann nämlich mehr Schaden. Wenn man den einzeln zaubert, dann haben wir vielleicht gleich mal eine los, außer er schlummert. Und heilt die mal eben wieder komplett voll. Das ist am Anfang auch so eine Sache, dass deren Heilzauber die halt einfach komplett voll zaubern. Ähm. Dann machen wir Vita. In Schlaf hast du ja eh nichts. Außer Items. Gut, der Kampf wird ein bisschen länger dauern. Könnte Ringelbill mal wieder aufbachen? Könnte der mal einen Schlag abkriegen von jemandem? Wird der aber auch nie angegriffen, ne? Das ist total ekelhaft. Hat Agnes nicht Vita gezaubert? Habe ich nicht Vita gezaubert mit Agnes? Das ist natürlich dumm. Vita und Heimer den Dings, äh, nicht Stille. Habe ich keine weg, doch habe ich. Und heilt ihn mal von dem Schlaf. Ach, jetzt ist er da her. Toll. Toll. Weißt du? Ah, sowas hasse ich. Die ganze Zeit greifen sie ihn nicht an. Dann heilt sie ihn. Und dann liegt er auf den Sack. Mann, endlich flucht. Phönixfeder, Idia. Eichkeitweiß, Magie Vita. Schwarz, Magie, Feuer, Luftlaterne, Attacke. Mein Gott, ey. Jetzt hört doch auf zu heilen. Wisst ihr? Ah, ich hasse das. Wir machen den keinen Schaden. So. Stopp. Auf ihn. Der immer schlummert, zaubert. Auch auf ihn. Jetzt gehe ich da wieder Foliolo und hier nicht. So. So, einer weg. Sehr gut. Nein, nicht auf die... Das ist doof, dass die Random angreifen, sobald deren Ziel tot ist. Also das ist ein bisschen doof. Sobald deren Ziel halt weg ist, wird Random angegriffen. Und das ist nicht immer von... Nicht immer die beste Entscheidung, die sie da treffen. Manchmal kann man Glück haben. Aber meistens ist halt auch sehr viel Pech dabei. So, Feuer, Attacke. Könnte dieses Luftding mal sterben? Gut, dass ich zweimal Vita gemacht habe. Stopp. Mach nochmal einen Vita hinterher. Und du nochmal ein Feuer. Oh, endlich ist eins weg. Gut. Dann haben wir schon mal gute Chancen jetzt zu gewinnen. Das ist ja schlimm gewesen jetzt. So, Gargoyle-Attacke. Voll drauf. Weil jetzt können wir es uns leisten. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Gegenwehr. Ja. So. Meine Fresse. Jetzt musste ich halt ein bisschen vorsichtiger dagegen angehen. Mein Gott. Ah, schön. Läuft doch. So, jetzt ihn. Danke. Ah, es gibt wenigstens auch gut Punkte. Ah. Und Hilfsfähigkeit weithändig gelernt. Das ist sehr gut. Die werden wir auch sofort geben. Denn mit beidhändig ist es besser, wenn man eine Waffe in beiden Händen hält. Und das tut man mit dem Schwert. Äh, Fähigkeit. Beidhändig. So, jetzt macht sie auch mit ihrem Schwert mehr Schaden, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt müssen wir aber Optimum den wegnehmen. Jetzt macht sie mehr Schaden mit dem Schwert. Weil, wie man unten in der Grafik schon sieht, hält sie den mit zwei Schwer- äh, Schwertern. Mhm. Zwei Händen. Den Isinokami. So. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Hab keine MP mehr. Und nix. Nach einem dieser doofen Kämpfe. So, war hier nicht irgendwo eine Kiste? Allheilmittel. So, ich werde mal gucken, ob ich einen Kampf noch überlebe. Ansonsten werde ich die Monster ausschalten und den Dungeon erkunden. Weil, trainieren tue ich in den Dungeons eher selten. Das mache ich meistens außerhalb. Wobei das natürlich auch nicht schlecht ist, wenn man hier drin trainiert. Das ist auch eine ekelhafte Kombo. Das ist eine ekelhafte Kombo. Das ist eine ekelhafte Kombo. Das ist natürlich doof für mich jetzt. Hat er, hat er ja Eisschwäche? Ich hab's vergessen. Aua. Gut, dass sie ein Default hatte. Ja, Eisschwäche. Okay. Dann hauen wir erst den Gargol kaputt. Lassen sie wieder zaubern. Und hoffen, dass er nicht wieder einen Megaton-Schlag macht. Das ist nämlich eine normale Attacke. Das ist nicht so geil. Uh, 209 Kritt. Uh, uh, die macht schon Schaden. Uh, das tut schon gut weh. So, und Eissauber. Nein. Nicht schlummern lassen. Nein. Don't fall asleep. Au. Ah, der Megaton-Schlag macht so viel Schaden. Das ist so ekelhaft. Nein, auf Tiss einzeln. Weil der hat grad schon ordentlich aufs Mauer bekommen. Ah, ich kann nicht mehr zaubern. Ja, wir können ja dann normal angreifen. Das bringt zwar nix, aber... Wow, zwei. Wow, verfehlt. Krass. Tiss rockt die Bude. So, jetzt gehen wir hier mal voll... ...auf Angriff. Der müsste danach eigentlich sterben. Jawoll. Ah. Ach, das Leveln hier ist noch so anstrengend. Schwarz-Miger-Job kriegen wir bald ein Level ab. Da war ich schon, ne? Ja. So, da ist noch ne Truhe. Super Trank. Tränke sind gut. Kann man später gut gebrauchen. Oder auch bei Bosskämpfen noch. Ihhh. Warum mach ich das hier nochmal? Ich kann ja einmal Bravely Second zeigen. Gleich. Und zwar... Das sind beides Gegner... Ne, komm, da flüchte ich. Das könnte er knicken. Das sind beides Gegner, die physisch wenig Schaden nehmen. Danke. Das ist, äh... Ne. Ich hab keine MP mehr. Ich bin doch nie wahnsinnig. So, hier ist keine Kiste mehr. Hier ist auch nix. Geheimgänge befinden sich immer unten am Rand. Das hat den ganz einfachen Grund. Ist ja ne Truhe. Weil... Man die sonst sehen würde. Man sieht die Geheimgänge nie. Und... Geheimgänge in den Dungeons sind immer... Unterhalb. Ja, ich kann nicht zaubern. Ich hab ein Problemchen. Moment. Ich hab ne Eta. Den kriegen wir nicht. Ringable mal eben. Das ist ein bisschen Verschwendung. Aber... Naja. Gucken wir mal, was wir reißen können. Ich weiß jetzt nicht, ob Ringable sofort angreift... Wow. Ob Ringable eher angreift als die anderen. Deswegen... Ne, hätte er nicht. Okay. Deswegen, da muss man aufpassen. Wenn er die MP dann noch nicht hat, dann greift er einfach an und sagt, ich kann nicht zaubern. Ja, und dann hast du... Und dann hat man den Salat. Und konnte nicht zaubern. So. So. Perfekt. Danke dir für den kritischen. Ringable ist ausgestiegen. Und kriegt sein Schwarzmagier hoch. Und zwar kriegt er jetzt Schwarzmagier Level 2. Das ist Feura... Eisra. Wo ist das schon? Feura und Eisra. Ich bin mir unsicher. Müsste hinkommen. So. Jetzt gehen wir nach oben. Und kommen, glaube ich, wieder auf die Etage. Wo... Genau. Wo wir am Anfang waren. So. Und hier haben wir eine Sequenz. Rechts. Wenn der Monsterkampf jetzt nicht kommen würde. Brave Angriff vom Gegner. Pass auf. Pass auf. Alle heilen. Die folgt. Die folgt. Die folgt. Die einzige, die was machen soll. Weißt du? Die einzige. Die wird eingeschläfert. Fuck you. Tut mir leid. Aber... Tut mir leid. Die sind alle wach. Okay. Gut. Ich war gerade verwirrt. Oh Gott. Nicht hauen. Nicht hauen. So. Jetzt können wir mit ihr mal drauf loshauen. Du haltst noch ein bisschen und du zauberst mal. Ich glaube Eis brachte bei euch auch nichts. Oder seid ihr auch was da? Ne. Seid ihr nicht. Aber Feuer wart ihr auch nicht. Ihr seid so neutrale Biester. Okay. Den können wir dann auch voll angreifen. Dann haben wir gewonnen. Gott sei Dank. Auf Protis zu zaubern. Das verteidigt ihn ein bisschen ab der 150%. Wir sehen es unten aufleuchten. Oder haben wir kurz aufleuchten sehen. So. Zwischensequenz. Das ist schrecklich. Es ist wie eine Wälde durchgebracht. 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 Was sind diese Wälde aus? Was sind die Wälde aus? Habits. Huh? Oh, ich bin so sorry. Sie sind zu den Acolyten, die hier leben mussten. Sie sind mit mir beschäftigt. Sie sind nach mir. Ich habe ihnen so viel verdient. Wo sind sie weg? Ja, hier hat sich was Grausames abgespielt. Ziemlich grausam, wenn man es so sehen will. Zumindest für Agnes ist es was verdammt grausam, was sich hier abgespielt haben muss, weil sie hat hier gelebt. Es ist Agnes ihr Zuhause, wenn man so will. Sie hat hier Ewigkeiten gelebt und wurde behütet von den Priesterinnen. Und boah, diese Gegner, ne? Ich kann die nicht mehr sehen. Das ist ätzend. Da werde ich auch flüchten, weil das ist doch schon wieder dieser ätzende Kampf, den ich nie im Leben überleben werde. Kann mal bitte irgendeiner entkommen? Irgendeiner? Boah, das ist so ätzend, dass sie zweimal angreifen dürfen. Dann denkt man, kommt man heute nochmal dran. Aber das war der Brave-Angriff von den Gegnern. Ist Schlaf auch noch aktiv danach? Nee, danach Schlaf ist weg. Okay, das ist auch irgendwie realistisch. So, hier könnte irgendwo... Nee, hier nicht. Weil hier unten sieht man halt nicht, ob da ein Loch drin ist oder nicht. Deswegen sind Geheimgänge immer unten am Rand. Bin mir nicht sicher, ob hier in dem Tempel auch einer war. Deswegen gucke ich einfach mal nach. Oh, schon wieder so eine eklige Sache hier. Ich drücke mal automatisch. Dann müssten die alle flüchten. Schaut's euch an, ey. Danke, Agnes. Schaut's euch an, was die für ein Damage raushauen. Ich mach die Monster jetzt aus. Komm, hat keinen Sinn. Ich flüchte jetzt gerade eh die ganze Zeit. Schwierigkeit. Monster-Häufigkeit minus 100. Dankeschön. So. Jetzt kann ich auch tot hier rumlaufen. Dann ist das egal. So, war hier ein Geheimgang? Nein. Okay. Dann können wir uns hier die Sequenzen angucken. Die ganze Karte hier drin aufdecken. Und die Kisten öffnen. Denn bevor ich weitergehe in diesen Dungeon. Bis es zu... Bis es ernst wird, sag ich mal. Werde ich eh nochmal rausgehen und in die Stadt. Und da oben sehen wir eine Person, die auch eine kleine Wichtigkeit darstellt. Die sich aber uns jetzt noch nicht erschließen wird. Denn wenn wir mit der Person reden, werden wir jetzt nur abgewiesen. Oh, euch fehlen die Voraussetzungen. Jetzt habt ihr mich ganz umsonst aufgescheucht. Los, ab mit euch. Husch. Ja. Was es mit dieser Eule auf sich hat, werden wir später noch erfahren. Aber wir sollten uns merken, dass sie hier steht. Und wir haben eine Misril-Rute. Das heißt, ein Magier kann jetzt die Misril-Rute mitnehmen. Ja, und dass die Magier Stäbe jetzt mit Messer kombinieren lassen, lassen wir einfach mal so stehen. Die greifen mir eh nicht physisch an, weil die machen keinen Schaden. So. Gut. Da oben haben wir noch eine Zwischensequenz. Just awful. Es ist in complete Chaos. Aber es ist in der Natur. Aber in der Natur und mit dem Schaden. Und in der Natur und mit der Schaden. Das Haus ist in die Schaden. Die Frauen hier haben sich eine menschliche Stütze gemacht, um mich zu entfernen. Und jetzt sind sie alle weg. Es ist Norendae wiederum. Aber ich habe nicht den Leidenschaft, sie zu senden, oder sie zu schrauben. Ich habe sogar nicht die Leidenschaft des Griefe. Sie haben sich verabschiedet, um mich zu schützen. Ich werde sie nicht verabschieden. Ich werde sie nicht verabschieden. Ich versuche es. No matter was, was passiert. Wahrscheinlich, du kannst dich selbst schrauben. Ich versuche ihnen, dass sie keine Frieden wissen. Aber für heute muss ich weiterzunehmen. Die Kreuzel ist einfach zu entfernen. Follow mich. Was ist das hier? Achso, genau. Das ist der Shortcut, damit wir nicht mehr durch den ganzen Dungeon rennen müssen. Denn jetzt haben wir hier einen Shortcut zum Anfang. Denn da ist der Eingang und wir mussten vorher hier lang, weil die Tür zu war. So, und jetzt können wir einfach den langen Gang hier entlang und kommen dann direkt zum Altar. Der Müsrildorch. Da gucken wir doch mal, ob wir dem einen geben können. Ihr nicht? Ja, ne. Er hat gerade Schlagwaffen und... Ja, komm. Jetzt ist es egal, was die für Waffen tragen. Aber... Naja. Gut. Da gehen wir nicht rein. Wir werden das jetzt eben mal abspeichern, dass wir hier waren. Und wir gehen jetzt nochmal zurück zum Dorf. Denn dort werde ich mich heilen. Ein bisschen aufstocken. Wie viel Geld haben wir? 1091. Okay, damit können wir uns ein paar Phönixfedern kaufen, denn ich musste ja ein paar verbrauchen. So. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück ins Dorf, heilen uns im Inn. Und ich frage mich echt, ob ich das gerade richtig mache. Die Zwischensequenz hätte ich doch schon gerne. Also die Zwischenquest, die blaue. Und was mache ich falsch? Was ich damals instinktiv richtig gemacht habe, weil damals hat das eigentlich alles sofort geklappt, als ich das privat gespielt habe. So, einmal heilen. Wir haben einen kampfunfähigen zu verzeichnen. Und ich kann mal oben gucken, bevor ich mein ganzes Geld raushaue, was die an Magie verkaufen. Weil in jeder Stadt wird andere Magie verkauft. So, Phönixfedern brauche ich auf jeden Fall, sag ich mal, sieben Stück. Ähm. Tränkeheil 150, da reicht erstmal für uns so. Und jetzt kann ich mir noch, glaube ich, zwei Zauber kaufen, wenn die auch 200 Gold kosten. Sag einfach mal Gold. Hi. Okay. Ja da. Hier ist ja zu viel verboten. Sofort umkehren. Ja, das wird später auch noch wichtig. 400. Verdammt. Okay. Wir brauchen aber... Die können wir noch nicht haben. Also die brauchen wir noch nicht. Das sind Zauber, die wir noch nicht ausführen können. Das ist Schwarzmagie. Wir gucken mal. Toxin ist ganz gut. Denn man kann einige Gechner auch vergiften. So. Ja. Damit hätte ich, glaube ich, alles Wichtige. Und dann speichern wir das. Und gehen dann wieder in den Tempel. Wobei ich, glaube ich, versagen werde beim ersten wichtigen Kampf, der uns bevorsteht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass uns ein Kampf bevorsteht. So. Dann gehen wir da jetzt hin. Ich hoffe, ich kann die Quest später noch machen. Ich habe ja gespeichert. Bitte, bitte. Ich kann natürlich vor dem Bosskampf auch nochmal speichern. Jetzt habe ich es gesagt. Es ist ein Bosskampf. Aber habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. So. Bei ihm können wir jetzt auch schon ein bisschen mehr kaufen. Weil ich ja das Dorf ausgebaut habe. Apropos Dorf. Wie läuft es? Okay, läuft das Dorf gerade? Ja, in acht Stunden ist die nächste Stufe ausgebaut. Ja, das dauert hier ein bisschen länger. Gegenstände kaufen. Was haben wir denn hier? Hier, wir können bei ihm jetzt schon Tränke, Phönixfedern kaufen. Halt die wichtigen Items. Können wir halt kaufen jetzt bei ihm. Genauso wie Ausrüstung können wir jetzt auch bei ihm kaufen. Die aber noch nicht erwähnenswert ist. Ähm, erwähnenswert ist. Hatte ich jetzt gespeichert bei dir? Ich speichere einfach nochmal. Ist ja egal. Dauert ja nicht lang. Okay, was habe ich denn im Update? Kriege ich da noch Items? Eine Wecklocke kriege ich. Ein Echokraut. Gut, das war's. Das ist gut. Okay, los geht's! Das ist großartig! Das ist großartig! Das ist großartig! Das ist großartig! Undwerkt.. Das ist großartig! Das ist großartig! Das war's. Das ist großartig! Die Vestal hat mir gezeigt, als Kind. Ein Recht, um die Krystal von irgendwelchen Schäden zu befallen. Ich habe mich festgelegt, um ein einzigen Punkt, und um meine Sprengung mit dem Rhythm des Krystal. Jeder Vestal, die vor mir vor mir hat, hat ihre Worte in die Krystal geöffnet. Die Zeit hat sich, um diese Storz der Willen zu erinnern, und es erinnern sie. Du machst dein Office stolz! Jetzt, für den finalen Schritt. Der Vestal-Garb. Genau! Without that to serve as a conduit, you won't be able to set the Krystal to resonating. The Mother Vestals was stored in the Reliquary. Leid the way! Once we have that, we can begin the right of awakening. Wir stehen noch auf Autokämpfen, das mache ich mal aus. So. Hier holen wir uns jetzt. Die müsste hier drin liegen. Das ist der Garb? Ja. Das ist es. Aber das Schmier hat uns hier verletzt. Oh, schau mal! Es ist in Tatters! Und es wäre so schön. 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 Nein. Es wäre so schön, es wärenos denn兵 und ganz schön? Denn es wäre so schön! Är das echtçar? Wir fingen, »Ich würde Licht«, »Ich finde ihn gestorben und kann ziemlich nape sein«, und gerne genieß. Also, da war ein Meer. Wenn es groß genug ist, dann werde ich uns da landen. Nun, welche Frau von Juliana? Es gibt viele Frau? Ignorieren Sie ihn. Können wir sicher, dass dieses Meer nicht rottet durch wie die Ozean? Das ist nicht so, wie ich enden meine Leben. Nun, was hat Ringabel's Journal gesagt? Mal schauen. Ah, hier sind wir. Wir sind? Juliana, ja. Der Hidde-Heart von einer Ancient Wood. Nord-East von Anscheim. Given die Buchs-Owner, ich halte erwartet, eine Note über die Lack von Frauen da. Frauen oder no, das ist unser nächstes Destination. Indeed, aber seitdem wir gehen, wir schauen uns für Frauen. So langsam bemerken wir, dass Ringabel eine notgeile Sau ist. Aber egal, wir gehen jetzt zum Juliana-Wald. Das mit Ringabel und den Ladies wird übrigens noch sehr gut ausgebaut in dem Spiel. Freut euch dort auf einige nette Konversationen. Oh ja. Gut. Auf nach Juliana. Und wir sehen, das ist oben rechts irgendwo. Nur, natürlich kommen wir dort nicht ohne Probleme hin. Ich kann natürlich die Kämpfe jetzt wieder anschalten zum Trainieren. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme. Ich gehe jetzt noch zum Wald. Und dann werde ich die Folge hier beenden. Ja, es ist schon wieder soweit. Dabei mache ich die Folgen schon ein bisschen länger. So. War das hier? Oder verlaufe ich? Ich verlaufe mich gerade. Ich sehe es gerade auf der Map. Ich vertue mich gerade. Verbündete dürfen zuerst zuschlagen. Das ist natürlich sehr nett. Dann kriegen die Panther jetzt hier ordentlich auf den Sack. Hier werden wir natürlich nicht abhauen. Denn die Panther haben nichts anderes als aufs Maul zu bekommen. Wow, Tiss. What the fuck? Okay, Tiss. Mach das immer. Alles klar. Läuft. Gut. Wenn jetzt immer gute Gegner kommen, kann man hier ja auf automatisch laufen lassen. Läuft. So. Wir müssen hier oben hin. Und dort sehen wir schon eine eklige Giftwolke über dem Wald schweben. Und das wird noch einige Probleme mit sich bringen. Hi ihr. Ich werde mal auf Auto stellen. Das müsste eigentlich hinhauen mit den Schlägen. Außer sie weichen aus. Verdammte Mistviecher. Aber sie rettet den Tag. Das ist natürlich sehr gut. Die Idee ist aufgestiegen. Level Up. Sehr gut. Jedes Level Up ist wichtig. Mit jedem Level Up werden wir stärker und mächtiger. So, rein, ne? Tja. 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 Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Also gehen wir mal zu unserem Schiff. Und gucken, ob wir damit da irgendwo hinkommen. Ich weiß gerade gar nicht. Nein, nicht ein. So. Und fliegen. So. Dieses Schiff fliegt leider nicht sehr hoch. Aber es reicht. Gut. Wo ist der Wald? So. Wir müssen hier hin. Ah, wir können hier landen. Genau. So. Kommen wir doch ohne Probleme hin. Das mit dem Wald ist dann später. Mein Gott, ich vermische alle meine Erinnerungen. So. Aber bevor wir hier zum Ältesten gehen, sehen wir uns im nächsten Part erst wieder. Also wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.